hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video community fahrzeuge folge fünf und ich habe leute sehr viele e mails bekommen macht spaß die frage ist halt nur habt ihr da bock drauf da ich momentan sowieso großartig nichts anderes machen kann habt ihr da bock drauf dass wir da noch mehr solche community fahrzeuge reactions machen bewertung will ich es nicht nennen weil ich nicht der mann zum bewerten bin also ich gucke mir das gerne an und sagt ein paar worte dazu und wer da bock drauf hat unten in der video beschreibung findet ihr die e mail adresse da schickt ihr mir eure fotos eure videos hin oder auch ganz gerne videos wenn ihr einfach coole clips habt vom winter oder irgendwas wins fails whatever schickt mir alles an die e mail adresse wenn die videodateien zu groß sind lade die über eine file streaming seite oder gibt verschiedene seiten wo er größere dateien hochladen könnt und dann kriegt ihr so ein link mit dem link kann man den runterladen und die datei und den link schickt ihr mir dann einfach ich werde wirklich schauen dass ich wenn ich daran denke mal sowas in die video beschreibung rein packe ok leute kurz zur erklärung warum das ganze hier so ein bisschen verstörend aussieht ja erklärung nummer eins meine kopfhörer sind damaged da geht nur noch eine seite nur noch das linke ohr jetzt habe ich ganz dringend kopfhörer gesucht und ihr wisst momentan bin ich auf sparflamme wegen motorrad führerschein und so und ich wollte jetzt keine 50 euro ausgeben für kopfhörer klar für 50 euro kriegt man auch nicht unbedingt bescheide kopfhörer aber mir war es wichtig dass ich wenigstens irgendwas auf dem ohr höre so jetzt habe ich noch so treuepunkte heftchen vom edeka und da gibt es aktuell jbl lautsprecher et cetera habe ich gesehen für 19 euro zuzahlung gibt es jbl kopfhörer mit stecker leute ich mir geil nice bin ich in edeka gefahren habe mir kopfhörer geholt als ich die aufgepackt ausgepackt habe diese hier sind das ist mir aufgefallen das sind kinderkopfhörer ich habe jetzt schon so groß gestellt wie es nur irgendwie geht und ich sitze hier auf meinem sessel ich habe den sessel vom wohnzimmer auf vor den pc gestellt damit ich hier bequemer sitzen kann so hat gerade die auk angerufen und gefragt wegen meiner aktuellen situation und so weiter ob sie mir irgendwie helfen können auch wegen kostenlosen vor sorgeprogramm und so ja thema zahnvorsorge thema krebsvorsorge heute ich werde alt in ein alter alter mann geworden krass das muss jetzt erstmal sacken lassen digga zur erklärung dieses t-shirt war ein geschenk von der mutter von meiner ex-freundin ja genauso wie du jetzt gerade vor dem pc sitzt und guckst genauso habe ich auch geguckt so leute als erstes haben wir hier den christian und der christian schickt bilder von von seiner ape ist ja geil digga er schreibt hallo infi hiermit sende ich fotos von einem meiner fahrzeuge es handelt sich um eine piaggio ap 50 modell t 16 t motor nicht mehr original habe einen 102 dokter zylinder sport kurbelwelle von matsuscheli sagt mir nix hört sich italienisch an mit längeren steuerzeiten rennenkupplung mit vier lamellen original nur drei hat er in klammer geschrieben okay kenne ich mich gar nicht aus und verstärkte kupplungsfedern in klammer sechs kupplung und mit einer sechzehner primär ritzel sagt mir nichts die ape profis und euch kennen sich da wahrscheinlich besser aus ist eine viergang handschaltung ein sito plus sportauspuff bald ein leo wins performance inklusive schalldämpfer originaler 18 binde strich 16 vergaser mit größerer hd die ape ist von außen nicht noch nicht fertig neu lackieren und paar schönheitsfehler müssen noch behoben werden läuft locker ihre 50 bis 55 cool bin 28 jahren heiße christian w bin mit zwei taktern groß geworden und werde werde es auch bleiben ich hoffe dir gefallen die fotos bin mal gespannt auf deine meinung eine ape also ich muss sagen ich bin leider gottes hatte ich noch nicht das glück mit einer ape zu fahren was mir hier sofort auffällt richtig geil diese 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 leitbar vorne ich kenne das normalerweise nur von it's marvin der die ganz gerne in adventure fahrzeugen verbaut richtig geil ich habe schon überlegt sowas mal an den roller zu bauen einfach mal um zu gucken ob die lichtmaschine beziehungsweise die die roller batterie damit klar kommt stellt euch mal vor ein roller mit einer mords light bar vorne dran quasi mit einer leuchtkraft wenn es jetzt eine gute leitbar ist eine teure von osram oder hella oder so quasi mit einer mit einer licht leistung von einem von einem auto einfach in einem roller das habe ich schon so gerne mal machen wollen dass auf eine ape digger geil natürlich könnte man jetzt sagen jo macht doch die leitbar hier vorne hin auf scheinwerferhöhe nein leitbars gehören immer oben drauf ich glaube da gibt es sogar vorschriften dass die leitbars oben drauf sein müssen ich bin mir nicht sicher aber da gibt es gewisse gewisse richtlinien die man gewisse sachen die man einhalten muss damit man so eine leitbar überhaupt fahren darf diese spiegeldecker sind süß die sind richtig knuffig man die würde ich auch dran lassen die würde ich so lassen die 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 müssen einfach so bleiben hier vielleicht ein bisschen die beulen raus spachteln schön frisch lackieren und so hier da da hat er wirft scheinbar ein paar rost blasen ah nein nein das sind keine rost blasen das ist geschliffen hier oder so ok entschuldigung entschuldigung dann haben wir hier noch ein bild von anderen seite hier sieht man auch schön den schriftzug da würde ich gucken dass man den vielleicht wieder verchromen kann oder anmalen kann dass der wieder schön aussieht oder vielleicht kann man so einen schriftzug auch noch mal neu kaufen so diese embleme also wenn wenn du lackierst dann auch frische embleme kaufen würde ich auf jeden fall machen mach das bitte nicht zu guck dass du auf jeden fall diese 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 embleme und dieses dieses logo hier dass du die wieder schön hinkriegst wäre richtig cool dann haben wir hier noch ein foto von der seite der hat eine ladefläche da kann man den ganzen roller damit transportieren wie geil ist das denn vor allem auf dem dach hat er noch eine antenne wahrscheinlich für radio empfangen oder er hat ein funkgerät ich vermute radio 25 da würde mich interessieren kann man die aber auch generell als 45er eintragen also maximal 45 kmh ähm ist das möglich dass man das ändert dass man den quasi nicht mehr mit dem mofa schein fahren darf sondern dass mal dann mindestens nen m einen am führerschein braucht dass er dann aber auch legal 45 fahren darf ist das möglich bei einer apel bei bei in deutschland bin ich immer nicht ganz sicher oh ein foto von in ja wie geil man ein autoradio hat er sogar dann das ist ja nice deswegen auch die antenne auf dem dach wegen dem radio lautsprecher oha digga da da der bass ist da auf jeden fall da rappelt es im karton geil mann und hier mal noch ein foto also die die ladefläche und generell so dass von außen ich weiß nicht ob da der rost zu lackiert wurde aber so von außen muss ich sagen echt guter zustand hier sieht man so ein bisschen rost bläschen aber ich habe schon schon ah ja und hier übrigens dass das infi schild das ist süß digga das ist das ist echt süß man rost und ellen scheiß egal läuft cool dann als nächstes haben wir den team teams da ich denke mit dem denke ich mal heißt er der team teams traten er schreibt mz sx 125 error in schalldämpfer offener luftfilter andere spiegel and guards andere zurücklicht andere blinker sind am weg auf dem weg meint er wahrscheinlich 125er enduro ja aber die blinker finde ich jetzt gar nicht mal so scheiße finde ich jetzt nicht so verkehrt habe ich schon schlimmer gesehen der krümmer der krümmer das das ist wahrscheinlich um um die vorgeschriebene höchstleistung von 15 ps für 125er a1 führerschein nicht zu überschreiten deswegen hat er wahrscheinlich hier diese diesen weil er der geht ja hier aus dem krümmer raus und könnte ja theoretisch hier in den bogen machen und dann da reingehen einfach flupp nein der hat hier diesen mega knick das ist wahrscheinlich dass es noch legal ist naja aber besser ist das weil spätestens beim nächsten tüv ist es schon schon ratsam dass die auspuffanlage legal ist schade sieht nicht nice aus also der krümmer der sieht nicht nice aus sehr dünn sehr weiß ich da sieht da ein bisschen verloren aus pechschwarz auch was soll man sagen schwarz schwarz wirkt immer irgendwie ich weiß nicht schwarz ich finde schwarze fahrzeuge haben immer irgendwie charakter keine ahnung weiß wirkt immer so etipetete so möchte gern edel sagt derjenige deren weiß und chirocco fährt aber schwarz ist mehr so einfach nur schwarz das ist einfach bad boy style so würde ich noch ein paar details reinmachen so vielleicht ein paar farbige aufkleber wie wie keine ahnung castrol dunlo irgendwie so ein paar marken hier das ist so ein bisschen wie eine wettbewerbsmaschine aussieht würde ich hier noch nach und nach so ein paar marken aufkleber hin machen erst mal 20 statics aufkleber drauf kleben oh man ich lache aber das gibt es halt wirklich von der seite error also also von 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 der seite wenn ich mir jetzt mal nur hinten den hinteren teil angucke nice da finde ich finde ich nice das sieht gut aus auch hier diese dieses was ist das aufprallschutz oder hitzeschutz oder irgendwie sowas dieses karbon karbon sage ich dieses chrom kann kein deutsch mehr dieses dieses chrom hier da das ist schön von hinten schön nur der krümmer digga am besten hier absägen und einen anderen krümmer machen und dann läuft die mühle könnte vielleicht mal neue stollen reifen vertragen die stollen sind schon ein bisschen unten können die mal neue schlappen und dann bin den matsch damit nice dann als nächstes ein foto wurde mir auf instagram geschickt ohne text den namen habe ich mir jetzt hier auch gar nicht eingespeichert ich werde sie auch nicht die instagram namen von den leuten nennen außer sie schreiben es ausdrücklich in die mail dass sie es genannt haben möchten ansonsten nenne ich ja auch nicht den instagram namen das ist ein roller ich glaube den habe ich letztens bei atu gesehen wo ich ein ölwechsel haben machen lassen glaube ich ein atu roller der war aber echt nicht billig glaube 2 2400 oder 2500 stand der bei atu neupreis ne also 2400 2500 euro von atu roller das ist ein habiger preis außer ich verwechsel das aber ich habe da erst diese woche vor und vor vor zwei tagen wo ich bei atu ölwechsel gemacht habe genau so einen gesehen den den atu neu verkauft aber optisch optisch ist dann nicht schlecht digga schön kantig schön eckig viele linien also ich mag es immer ganz gerne wenn es wenn es kantig und eckig ist und nicht alles so rumgeschwungen wie wie so ein ei ja was war was würde ich machen ich würde ich finde das sind zu viele spitzen ich würde hier dieses orangene wegmachen hier dieses orangene würde ich wegmachen hier würde ich das schwarze wegmachen vorausgesetzt ist ein aufkleber den man auch entfernen kann wenn es halt eine folie ist oder lackiert ist dann ist halt kacke aber dass hier diese silberne front schon mal schön clean aussieht schwarz und orange hier der hier grau und das schwarz so lassen aber das orange da noch wegmachen weil dann hast du hier noch orange hier noch orange und hier orange da hast du silber da hast du schwarz dann würde ich es feiern aber diese zwei sticker hier und der hier den finde ich irgendwie too much dass das ist das ist dann too much irgendwie ansonsten ja nice würde ich ansonsten nichts verändern auch hinten irgendwie gar nicht mal schlecht weiß nicht in diesen ich habe das gefühlt diesen baumart rollern und china rollern steckt halt zu 90 prozent china müll drin aber von der optik her sind die gar nicht schlecht also auch hier diese sozius griffe wo sich der wo hinten drauf sitzt so festhalten kann das sieht irgendwie aus wie so seitenspoiler oder so dass ich weiß ich finde das nicht schlecht dann haben wir als letztes noch den ich habe mir keinen namen aufgeschrieben wahrscheinlich weil ja ja weil weil instagram deswegen er schreibt hat mir das per instagram geschickt und schreibt meine speedfight fürs bewerten wir hatten glaube ich schon mal eine speedfight in der gleichen farbe aber die war komplett in diesem baby blau die ist jetzt vorne in dem baby blau und der rest ist schwarz finde ich finde ich komisch so von der farbe die die front blau und der rest alles schwarz aber nice schule digger nike schuhe und puma socken kennt die die guten alten puma socken hatte ich auch ganze schublade voll war crosshelm auf dem roller wenn man fahr ich jetzt nicht rum so aber und dann würde ich sagen um das video nicht zu weit über 20 minuten zu halten dass es so wenigstens einigermaßen zwischen 15 und 20 minuten länge bleibt irgendwann an dieser stelle das video falls ihr bock habt dass ich noch mehr also ich habe noch einige mails einige roller die ich euch zeigen könnte von zuschauern wenn ihr da bock drauf habt schreibt sie in die kommentare lasst ein like da dann weiß ich ok da habt ihr bock drauf dann machen wir da demnächst mal wieder ein video und ansonsten würde ich sagen haut rein bleibt gesund und tschau mit v